Da müssen wir, ähm, die District Union Area müssen wir dann wieder machen. Echt? Ja, ich sag ja, die haben die wunderschönen, alle schön in die, da sind gleich zwei... Äh, da kommen wir aber nicht rein, wo wir hin, wo wir nachbissen haben, oder wo bist du jetzt hin? Ach, da hinten. Ja, da macht es aber direkt auch auf den, wie wir, ähm, spielen müssen. Ja, das ist ein Tageseinsatz, genau. Ja, ich kann jetzt gerade nicht steuern, warum auch immer. So, jetzt geht's wieder ab. Nein. Tageseinsatz hören. District Union Area entdeckt. Soll ich ihn hier einstellen? So. Interaktionen. Ausfordernd, bis wir uns spielen. Okay. Das ist die Gelegenheit, mit einem entschlossenen Schlag die Führung der Hyenas auszulöschen. Gehen Sie rein und finden Sie sie. Jeden Einzelnen. Ich lauf mir hier gerade mal schnell ab. Oh. Ja. Die Aufmerksamkeit. Das ist zwei. Oh, I entered here. Was ist das? Das ist das. Das ist das Ende. so k was haben die für die Waffe hey Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Die Sache zu einfach machen Oh, Eingang, danke für den Hinweis Eingang? Ja, da stand Eingang an der Wand Oh, die kommen schon, Berührungskommando ist schon da Lass mich hier bluten! Fahm her! 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 Ja. Da ist er. Ja. Da ist er. Da ist er. Ja. 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 Nachladen. Da ist er noch was. In der Kiste. Ja! es war jetzt ich schläge auch so kommen nur neustart machen da habe ich mich zu weit nach vorn gewagt die sind auch heftig wenn sie auf vorausfahre und spielst schwelle verwundung entdeckt ich bleib mal nach schreit wenn ihr verletzt seid so und Das funktioniert kritisch. Ich bin auch tot. Noch zwei sehe ich. Einer ist rechts. Ganz weit rechts. Du könntest jetzt theoretisch kommen. Jetzt ist er weg. Nachladen. Ich bin tot. 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 Oh, ist nix feiner. Zeig doch nix an. Dad in Zeit. Okay. Spannend. Vielleicht wollen wir das auf tagesmissionen spielen. Das ist vielleicht gar nicht erscheint. Na ja. Das ist das. Das war's. Nachladen. Okay, dann drohen wir mehr. Schwere Verwundung entdeckt. Agent außer Gefecht. So, ich hinter dir. Mhm. Oh, schon wieder voll. Oh, komm mal, Jelva, Anjelau. Echtet. Hm, 40,6, der dreht mir aber nix. So. Ich bin unschärflich und du bist... Lokale Stromnetz offline. Schutzschalter entdeckt. Hallo. Ist aber kalt. Außen vom Wald, da kommst du her. Hier ist die Kiste. Sollten schlafen. Tun sie wahrscheinlich nicht so richtig. Faltenberg. Sollte. Sollte. Das scheint wahrscheinlich zu uns zu uns. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. ich muss nachladen Anladen Dass ich die 5 Sprüche nirgendwo sind keine ahnung was wir habe ich eben auch kein geset ist erste kiste über uns ist hier ist auch eins aber das ist das haben wir schon mal gehabt nein das war kester das hat das ist nicht mehr aktiv Das ist das, was wir nicht mehr gefunden haben. Ich versuche das gerade mal jetzt rauszufinden, das ist das, was über uns ist. In der ganzen Norden ist noch eins, sehe ich gerade auf der Karte, noch eins angezeigt. Das ist das, was ich drauf mache. Schweren Verrundungen entdeckt. Ja, ich bin da. Muss ich wieder klein machen. Da muss ich nur ein klein machen. Da kann ich auch gleich was wechseln, das ist gut. Da habe ich auch ein besseres Rollstar. 104 Fertigkeitsstärke. Schweren Verrundungen entdeckt. Oh, wo kommt der denn her? Ja, jetzt ist er weg. Sie hat bald schon zählen. Da noch ein Schuss muss. Ach, war da. ok immerhin nebenan stand das telefon zu sein kommt man kann ich sagen kann dass man jetzt zwischen kommt der bombe ist weg wir sind hier im einkaufszentrum hier muss der sein ich habe keine zeit für so eine politik scheiße wenn ich so ein leben gewollt hätte die nummer zurück muss ja dieser das war unterhalb weil man so hat guckt sieht man den unterhalb Ja stimmt, der sieht unterhalb aus, das recht. Okay, dann gehen wir weiter. Ich schaue die falschen an die Tech, dann ist das der hier. Bei einer war ja, den wir nicht einsammeln konnten. Na gut, gehen wir weiter. Das ist wahrscheinlich auf dem Weg raus wieder. Kommen Sie ein. Na ja, wir gehen runter. Oh nein, das ist so. 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 Oh nein. Oh nein, das ist so. Oh nein, das ist so. Oh nein! Oh nein, das ist so. Oh nein. That's so. X2 Stay. noch da mein schatz hallo scheiße macht euch alle bereit die lage ist jetzt ernst dass er gestern dass der kistung bei mir unten wieder voll ein schluss jetzt war nichts sie muss gerade mal waffe wechselt das war für gekriegt genau ein guck mal nix benaue und hier Okay. Gerade wieder zerlegen. Und unten. Bist. 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 mal kurz mal ein paar mehr Ja. tja so wirklich in den wohnschwurfen und bis jetzt noch nicht heran gekommen jetzt wird er über uns angezeigt aber ich komme dann wieder hoch ich kann mich erinnern dass wir immer hier durchlaufen und gegner waren als wir Ja. Ja. Also. Ja. Das war Sanja, schau weg hier wohl Hey, da kommen wir gar nicht dran Hey, da ist doch irgendwo einer bei uns Hinter dir Komm, ist ganz vieler Bumm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Riss Sofortige medizinische Hilfe erforderlich Weitig Agent am Boden Du bist gerade Komm zu dir Wie hinter der dicken Säule bin ich War von hinten War von hinten Und das dann Schluss ist quasi Und das dann Schluss ist quasi Komm schon, laden schneller Komm schon, laden schneller Ich bin ganz sicher Ich bin ganz sicher Ich bin ganz sicher Ich bin ganz sicher Und das ist auch Ich bin ganz sicher Ich bin ganz sicher Yang Ich bin ganz sicher Ich bin ganz sicher wie heute der kommt rum ja es ist was geht unten vor Diesel, bist du etwa auch tot, du dummer Flachwichser? Ja, pass. Alle Mann zur Arena, sofort! Mann zur Arena. Hm. Alle Mante. Also das Problem gewesen, dass wir irgendwie gestorben sind? Nee. Sie sind neu gespawnt und haben dann gleichzeitig oben das Ding kaputt gemacht. Und da kam der Gelbe raus. Ja, genau. Das war eins zu viel. Aber wir waren schon zu weit vorne. Ach, noch kurz mal der Weg kaputt. Oh, ne Plantage. Na, lauf schon. Also, das Ziel ist jetzt direkt über uns. Ja, hier. Das war's. Aha, dann habe ich das falsche angekreuzt. Na ja. Gut. Ich bin sehr zufrieden. Also, um's beiß zu machen, müsst ihr nur die Pflanzen anspringen. So, da sind wir jetzt beim Hirnos auch komplett. Das verteidigen Sie auf dem Tisch zum Trocknen. Ruhe jetzt! Weh das Versaugen. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Filter versagen. Kopfbröcke. Luftfilterfunktion wiederhergestellt. Luftqualität akzeptabel. Luftgepräch. Ja, ich blieb, habe einen von denen. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte, Filter versagen. Oh. Ich sehe leider nicht, wo der ist. Oh, diese Wände sind leer. Ich kann noch nichts ausschalten. Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist direkt neben mir. Ist er genau, wo meine Leiche ist. Direkt daneben ist er. Kein, nicht auf die Seite. Ich kann wieder was sehen, ich kann wiederkommen. Das war eine Krise. Das war eine Krise. Weit vor der Reiztobate. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Filter versagen. Ich will doch gar nicht, ich will nicht sterben. Ich will doch gar nicht, ich will doch gar nicht. Ich will doch gar nicht, ich will doch gar nicht, ich will doch gar nicht. Ich will doch gar nicht, ich will doch gar nicht, ich will doch gar nicht. Wir können nicht, ich will nicht newspaper wirken. Ichюда war ganz ok raushalt, ich weiß nicht, ich war dein Schutzen vertreten. Da wollte sie sich freiwillig treffen lassen und erhält sich nicht vor. Oh, ich habe es geblendet. Ja. Was ist das? 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 Ja, das liegt daran, dass wir gleichzeitig noch suchen. Ja, auch das war, weil wir die Missionen halb spielen. Irgendwie bin ich, glaube ich, falsch gelaufen kann das sein. Wie kommst du da raus? Wenn du alles zu willst, gibst du einen anderen Weg raus. Hier, zum Seil. Ah, hast du die gefunden, okay. Ja, da sind wir hier. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei den Zuschauern fürs Zuschauen. Denn wenn sie uns zuschauen, so dass sie uns zuschauen und sie zuschauen, wie wir wegschauen. Finde ich das toll. Wir schauen weg. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Okay, dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder übermorgen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dann, ciao. Vicino. cellular Davogo TIM Wes